Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Durchgefallen. Ein Poet? Das hab ich auch mal geglaubt. Aber sonst niemand. Ich weigere mich, dieses lächerliche Geschreibs weiter zu finanzieren. Ich bin Johann. Johann Gült. Ich sah dich. Ganz wahr mein Herz an deiner Seite. Und jeder Atemzug für dich. Lächerlich. Das ist wahrlich lächerlich, dass Sie nicht an sich glauben. Scheint es dem Gerichtsrat zu gefallen, mein Kind. Du wirst Herrn Goethe nicht wiedersehen. Ich muss zu ihm. Wär das jetzt nicht der Augenblick? Welcher Augenblick? Der, in dem Sie mich küssen. Er macht mich zum Gespatt. Ich fände eine Satisfaktion. Es ist die Liebe, die Welt im Inneren zusammenhält. Aber ohne sie kann Werther nicht leben. Trotzdem werden die beiden immer zusammenbleiben. Nicht in der Wahrheit. Aber in der Dichtung.